Aber über der Bay Area sind die Regenwolken morgen verschwunden und das berechtigt uns für San Francisco endlich wieder besseres Wetter zu erwarten. Und es kommt noch besser, liebe Zuschauer. Das Wetter wird sich wahrscheinlich... Oh, wer hat... Hi, wie geht's denn so? Hey, sehen wir uns die Lage doch mal von ganz oben an. Hilfe! Ruhlt mich hier runter! Nein, nicht fallen lassen! Ich weiß nicht, wie mein Kollege das macht. Ganz einfach, das nennt man Zauberei. Wir sind selbstverständlich Hexen. Hey, sie haben da eine sehr schöne Jacke. Darf's noch mehr Magie sein? Schalten wir doch mal zu Piper an der Golden Gate Bridge. Du bist dran, Piper! Was wir eben noch mit unserem Auge erkunden, ist demnächst auch schon verschwunden. Die Brücke hoch und klar ist nun nicht mehr wahrnehmbar. Am besten nehmen Sie morgen einen anderen Weg zur Arbeit, okay? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.